Hallo, ich hoffe es geht dir gut. Ich möchte heute über registrierte Privatrunden sprechen. Ein ganz wichtiges Thema, es wird auf jeden Fall dein Handicap dieses Jahr und in den nächsten Jahren beeinflussen. Aber bevor ich das tue, möchte ich meinen dritten Schlag in diesem Par 5 spielen. Mein Pitch aufs Grün war gar nicht gut und jetzt habe ich einen langen Baddie-Putt. Bisschen links und es ist langsam. Registrierte Privatrunde ist genau das gleiche wie eine EDS-Runde oder Extra-Day-Score. Wie du weißt, es gibt dir die Möglichkeit eine Privatrunde zu spielen, die am Ende Handicap wirksam ist. Die Richtlinien für die registrierte Privatrunden sind folgende. Erstmal, man muss die Runde nach den offiziellen Golfregeln spielen. Das ist klar, als ob es ein Turnier wäre. Dann ganz wichtig, man muss die Runde vorher im Klubbüro anmelden. Drittens, man braucht ein Zähler und diese Zähler darf nicht ein Handicap über 36 haben. Ich war eigentlich nie ein großer Fan von EDS-Runden. Meine Meinung war, dass es zu leicht für den Spieler war. Es gab keinen Druck und diese Spieler konnte seinen Spielpartner aussuchen. Und ich dachte immer, ach, die Bedingungen sind einfach zu leicht. Es ist dann zu einfach, das Handicap zu verbessern. Ich habe immer meinen Schülern gesagt, spiel mal lieber Turniere und so viele wie du kannst. Dann wird dein Handicap stimmen. Meine Meinung hat sich dazu aber etwas geändert. Seit dem World Handicap System ist es so, dass in den meisten Ländern der Welt jede Privatrunde zählt. Egal wann man spielt, egal ob Turnier, egal ob nicht Turnier. Aber in Deutschland, Österreich und in der Schweiz ist es etwas anders. Da, wenn man möchte, dass eine Privatrunde Handicap wirksam ist, da sollte man vorher ins Clubhaus gehen und das anmelden. In manchen Clubs muss man es einen Tag davor tun. Aber hier in Südafrika, in Amerika, Australien ist es so, dass jede Runde zählt. Man spielt seine Runde, man geht nach Hause und man trägt die Ergebnisse online ein. Es ist sogar so, dass wenn man es vergisst, dann wird man bestraft. So, warum das jetzt in den deutschsprachigen Ländern anders ist, ich habe keine Ahnung. Aber ich kann sagen, durch Erfahrung, durch was ich gesehen habe, ist das, und es ist sehr interessant, dass Handicap der Golfer ja stimmt. Wie gesagt, die geben jede Runde ein und die spielen ja sehr viel. Während Lockdown-Zeit haben die Leute hier nur Golf gespielt. Dann, wenn sie Turnier spielen, ist es wirklich wahr, dass es kaum Golfer gibt. Die schlechte sind aus 29 Stable-Fit-Punkten oder besser aus 39 Stable-Fit-Punkten. Das bleibt irgendwo dazwischen. Aber wie du weißt, in den Turnieren zu Hause, also Deutschland, Schweiz und Österreich, passiert es sehr oft, dass ein Spieler weit unter 20 Punkte hat und auch oft weit über 40 Punkte. Und deswegen schlage ich vor, dass du so viele registrierte Privatrunden spielst, wie möglich. Wenn ich dich noch nicht überzeugt habe, möchte ich dir ein paar Vorteile eine registrierte Privatrunde sagen. Dann wirst du ganz sicher die tun. Nummer eins, du kannst die seit dem World Handicap System überall spielen, auf verschiedenen Plätzen. Es muss nicht dein Heimatplatz sein, aber nicht vergessen vorher anzumelden. Dein Handicap wird stimmen, wenn du regelmäßig, also einmal in der Woche so eine Runde spielst. Und das bedeutet, dass du auch eine realistische Chance hast, ein Turnier zu gewinnen. Weil wenn du genügend spielst, wirst du im Schnitt irgendwo zwischen 33 und 36 Punkte spielen. Das wird automatisch so passieren. Und dann kannst du wirklich dein Spiel genießen und auch mal Preise gewinnen. Dann finde ich, dass es ganz spannend ist, wenn es um etwas geht. Also es wird nicht mehr langweilige Privatrunden geben, wenn du vorher dich anmeldest. Wir wissen, es ist nicht immer so einfach. Es gibt ein oder zwei Spieler im Club, wo man sich nicht so wohl fühlt, mit denen zu spielen. Und dann passiert es, dass man mehrmals im Turnier immer wieder mit dem gleichen Spieler spielen muss. Aber bei der registrierten Privatrunde kannst du dein Spielloch aussuchen. Und der letzte Punkt ist wichtig für mich aus Golflehre. Eine registrierte Privatrunde ist eine Möglichkeit, es zu üben, unter Druck gut zu spielen. Wenn du am 18. Loch stehst auf dem Grün und du musst einen 1,5 Meter Putt lochen, damit du dein Handicap verbesserst, dann wirst du richtig Druck spüren. Und stell dir mal vor, du lochst diesen Putt. Das baut dich auf. So bitte genieße und spiele die registrierte Privatrunde. Schönen Tag noch!